Und wir waren Aufzeiger, aber nicht Umsetzer. Also im Sinne von administrativer Regierungsgewalt und so weiter. Ganz andere Rolle, aber auch bewusst eingesetzt. Also die Jugend ganz bewusst eingesetzt von Jörg Haider. Er hat uns auch ganz brutal ins kalte Wasser geschmissen. Schwimmst ist gut, schwimmst nicht. Ist auch gut. Dann kommt der Nächste, der schwimmt vielleicht. Er hat genau gewusst, was er macht. Er hat sich durch unsere damalige politische Unerfahrenheit, hat er uns natürlich in Abhängigkeit versetzt. Was sein politisches Streben und Wissen betrifft, dass wir das auch verfolgen. Er hat sich den Weg sozusagen freigemacht für seine Denke, von der er vollkommen überzeugt war. Und wir natürlich auch, sonst wären wir nicht dort gewesen. Er hat uns eingesetzt als untypische Politiker. Vom Alter her, von der Art, wie wir aufgetreten sind, von der Art, woher wir gekommen sind. Wir waren ein ziemlich entideologisierter Haufen damals. Also es ist uns darum gegangen, eben dieser sportliche Wettkampf, diese Strukturen eben aufzubrechen, als Davids sozusagen es den Goliaths zu zeigen. Das war ein ganz spannender Kampf. Und das war eigentlich eine Strukturrevolution vielmehr, also eine ideologische Revolution, als es heute dargestellt wurde. Und das war nicht nur spannend, war interessant. Und ich glaube, heute im Rückblick gesehen sehe ich erst, dass ich Teil einer Geschichte war, die sehr wichtig war für dieses Land. Und das stimmt mich eigentlich froh. Diese Auseinandersetzung damals war eigentlich der Wegbereiter für das, was jetzt passiert. Es ist einmal schon ein Zwischenintermezzo sozusagen gewesen. Das war die Regierung Schüsse. In der Zeit ist schon viel in diese Richtung passiert. Das war schon gegen den Stromschwimmern, das war schon gegen die alten Strukturen. Das hat schon die rot-schwarze Aufteilungspolitik durchbrochen gehabt. Ist dann gescheitert, weil man im parapolitischen Bereich einfach nicht vorgesagt hatte, dass es hier auch Hinterland geben muss, um eine erfolgreiche Politik zu machen. Aber ich war Teil einer Geschichte, die sich für die Republik als sehr positiv erwiesene. Aus meiner Perspektive. Linke in dem Land werden es anders sehen. Aber das ist schon das, was mich bestätigt in meiner Annahme. So wie du gut gesagt hast, immer Perspektivenfrage. Je nachdem, wie du durch einen Klammererblickwinkel man auf etwas leuchtet, sieht es der eine so, der andere anders. Das heißt, kann man abschließend festhalten, du bist trotz der schwierigen Zeiten, die du durchmacht hast und immer durchmachst, mit dir selber, soweit es geht, im Reinen. Kann ich das so sagen? Ich bin persönlich mit mir sehr im Reinen. Was mir meine Zeit heute so schwierig macht, habe ich mir ganz einfach ausschließlich selbst zuzuordnen. Das eine war, ich war wahrscheinlich ein Mitstreiter und Mitkämpfer in der falschen politischen Partei, was die mächtigen Systeme dann letztlich aufgegriffen haben, was ihnen nicht so gefallen hat und wo das Establishment, wenn man so will, zurückschlägt. Die Geschäfte, die hinter diesem Rechtsfall stehen, habe ich auch selber gemacht, würde ich auch wieder machen. Ich würde sie vielleicht da und dort anders machen mit meinem heutigen Wissen als damals. Aber hätte ich das Wissen von damals, würde sie wahrscheinlich genauso wieder machen, wie ich sie gemacht habe. Habe dabei wirklich renstes Gewissen. Habe, was ich nichts anderes getan habe, als hunderte andere Politiker auch machen. Nämlich, sie beenden ihre politische Karriere, bleiben aber am Schreibtisch sitzen. Sie setzen sich nur auf die andere Seite und verkaufen bestmöglich ihr Wissen, ihre Erfahrungen und ihre soziale Kontaktwelt an Unternehmen, die diese dringend brauchen, diese Kompetenz, die sich daraus ergibt, um ihre eigenen geschäftlichen Interessen zu verfolgen, weil sie von der öffentlichen Hand, weil sie von der öffentlichen Meinung, weil sie von gesetzlichen Rahmenbedingungen, was ihre Tätigkeit betrifft, ganz einfach abhängig sind. Gerade gestern hat sich wieder der Fall ergeben, dass der ehemalige Finanzminister Schelling bei Gazprom als Berater angedockt hat. Ich meine, die Diskussion um die Frau Klavischnik in den letzten Wochen bezüglich ihrer Tätigkeit jetzt bei der Novomatic, haben wir eh noch alle im Kopf. Gusenbauer ist ein besonders leuchtendes Beispiel und es gibt hunderte andere auch auf der internationalen Ebene, ob das Schröder ist, ob das Barroso ist oder egal wie auch immer. Der Politiker schafft sich mit dem Sitzenbleiben am Schreibtisch eine berufliche Möglichkeit, die andere so nicht haben und eine berufliche Möglichkeit, die es ihm erlaubt, sein aufgebautes Wissen und seine aufgebaute Kontaktwelt sinnstiftend für andere gut zu vermarkten. Und deswegen ist das ein logischer Schritt. Um diesen bin ich auch gegangen und habe mir nichts widerrechtliches vorzuwerfen. Ich hoffe, dass der Prozess, der derzeit läuft, es relativ bald auch nach außen bringt und dass es hier nicht um die Räubersgeschichten handelt, die in Mainstream-Medien so abgehandelt wurden und die ganze, sage ich einmal, öffentliche Meinung vergiftet haben in diese Geschichte in einer unglaublichen Vorverurteilungswelle. Eine Vorverurteilungswelle, die letztlich in der schlimmsten Strafe endet, die du bekommen kannst. Das ist Rufmord. Das ist die komplette Zerstörung deiner wirtschaftlichen Basis und deiner sozialen Basis im Sinne von Reputation. Und mit dem bin ich seit acht Jahren konfrontiert. Und ich hoffe, dass der Prozess ein Ende herbeiführen wird, das ganz klar feststellt, dass hier nichts Unrechtliches passiert ist. An dem arbeite ich. Das ist meine Perspektive derzeit. Und ja, da bin ich gespannt, wie die Dinge laufen. Schauen wir mal. Gehen wir von einem Tag in den anderen und wenn uns dann dementsprechend wenn wir handeln. Ja, Walter, nochmal danke für die Zeit, für den offenen, ehrlichen Ort und fürs Darstellen deiner Lebensperspektive, die heute für den einen so ist, für den anderen da. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute und danke dir nochmal für die Zeit. Danke. Danke auch.